Ja, Kiosk, sag ich mal. Und raufhört. Los, machen wir es mal jetzt. Aktivieren wir es. Ach so, ich stand sicher dort. Oh ja, da ist Sawa. Oh ja. Um. Oh ja, ja 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 ja. Oh ja, ich bin. Und tschüss. Also hätte ich den Story Mode, ich hätte es nicht geschafft. Ey Leute. Schon schwer, denke ich. Ich weiß noch, was ich da am Anfang rumgehobbelt bin hier. Um dieses äh, so Monstrum hier zu besiegen. Kein Platz. Jetzt war da noch berauschendes dabei. Nix ist gut. Warte mal, da könnten wir ja eigentlich mal, ähm, bim. Jetzt haben wir doch ein paar Fallen verschwendet. Vielleicht kann man mal was mitnehmen hier. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Nix, alles voll hier. Jetzt ist ja, da kann ich noch was mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier noch alles? Was sind jetzt hier noch alles runtergefallen hier? Die ganzen Fallen jetzt hier? Naja gut, egal. Ich habe sie halt jetzt alle aktiviert. Ach komm, hier ist ja noch so ein Scheibenwerfer. Ha. Dann komm doch. Bim. Herrlich ey. Wollen wir die mitnehmen oder was? Komm, nimm mit. Wir nehmen doch mit. Das Glück ist mir heute. Das ist auch eh auf der Plattform. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen. So, was haben wir jetzt aktiviert alles? Schauen wir mal. Alles, was wir hier aktiviert haben. Oh, diese Kanone weg. Schade. Donnerkiefer, Steinprescher und Sturmvogel. Jawoll. Nice. Und wir sind auch schon wieder draußen. Perfekt. Jetzt haben wir noch eine Brutstätte. Cool. Geht's denn hier raus, Leute? Du, 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 du. Ach hier. Im Moment. Hochkommendes Dunkel, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ach ne. Es geht noch von der Helligkeitsgrad her. Die wird diesmal echt schnell durchlaufen hier. Ach, das wird doch so ein Ding. Hallo Expressen, grüß dich. Ach so, ist schon. Okay, grüß dich. Geht's? Wie steht's? Man hoffe, es ist gut, ne? So. Jo, heute Expressen, heute sind echt Brutstätten dran hier. Auf alle Fälle, die machen wir alle blatt. Das ist die letzte jetzt hier unten. Dann reisen wir hierher. Und tschatsching. Dann machen wir das. Jo. Ja, ich hab, äh. Ich hab nochmal rumgeguckt und da war jetzt noch was. Aber da kannst du, da kannst du spielen. Ich hab das mal hin installiert. Dachte, ich guckste mal, was das ist. Ach ja, ich mein, kann man ja mal ausprobieren, ne? Was das für Quatsch ist. Genau. Hm. Da hast du was zu tun. Da hast du was zu tun. Hm. Genau. Hab ich auch schon ein bisschen was gespielt. Naja. Da klickt ja bloß Kampf an und dann geht's ja los, ne? Hm. Ich hab das bei jemandem gesehen. Denke ich, hö, was ist denn das? Das mach ich jetzt auch mal hin. Pff. Immer was Neues, ne? Hm. Ja, das muss man alles mal ausprobieren. Ist nix gekostet, machen wir das, ne? So, nix. Ähm. Warte mal. Litt. Da müssen wir. Moment mal. Äh. Wieso? Zack. Freilich, kannst du auch machen. Das war bei Einstellungen bei, äh. Ja, Einstellungen. Und dann? Dann war's auf einmal da. Pff. Ne, das stand dann bei Einstellungen und dann, ach, bei Downloads, glaub ich. Genau. Irgendwas war da noch gestanden. Irgendwas war da. So, warte mal. Ich bin jetzt hier. Ja, da geh ich eigentlich mal rückwärts hier, ne? Warte, ich tu mal hier markieren und dann gucken wir halt, ob wir das mal hin kommen. Zack. Und los geht's. Auf in die Reise. Hm. 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 Kannst du suchen, hoffe ich, noch kommen wir mit der Beta-Version zurecht, wollte heute auch mal was streamen. Ah, okay. Ah ja, die Beta, na ja. Ist jetzt eigentlich nix weiter. Kannst du ein Black-Bild machen, irgendwie. Sieht ein bisschen hübscher aus. Ähm. Ja, viele große neuen Sachen gab's jetzt eigentlich gar nicht. Also ich fand jetzt nix weltbewegendes Neues dabei. Bleib stehen. Und. Also das mit diesen Dings halt jetzt, ne? Mit diesen verschiedenen Dingern halt, die du damit einfügen kannst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Okay. Kannst du auf alle Fälle mal probieren. Ähm. Finde sie auf jeden Fall übersichtlich mit dem, wer live ist. Ja? War das sonst nicht da gestanden? Guck. Guck. Naja, gut. Doch. Doch freilich. Du siehst das gleich am Anfang. Hast recht. Ich hab das am Anfang nicht so gleich gesehen. Stimmt. Okay. Hallo. War jetzt hier irgendwas über mir rumgeflattert oder so? Stimme. Da. Fisch. Dann gehen wir da weiter, würde ich sagen. Ja, ich finde es schöner. Also es ist eigentlich jetzt okay. Da muss ich sagen, ähm. Auf YouTube muss ich sagen, dieses neue Ding da finde ich jetzt wiederum nicht so schön. Da haben sie auch irgendwie neue, ne? Uh, wie das Licht so einwirkt, gell? Geil, oder? Bleib ich mal stehen, dass man was sieht. Fand ich vorher besser. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Hast du Glück gehabt. Ja, man muss die Kleidung schon mit dem Gerben. Uh, Köpfe, oh Mensch. So, warum ist die schon mal so hochgesprungen, hey? Oder ist sie eben gewachsen, oder was? Hm. Gute Frage, ne? Du reißt ja auch, ist der Kleine. Du reißt ja auch, ist der Kleine. Brüllbrücken. Ich hoffe, dass bald die neuen Spiele auf dem Monat bestätigt werden. Die sind schon da, ne? Also es ist schon, äh, angegeben. Dieses, äh, Metal, äh, Frio, oder was war das nochmal? Signal. Und Amnesia Collection. Habe ich leider natürlich gekauft mir, ne? Okay, Fokus. Wo ist das Signal? Aber dieses Metal-Dings-Bump-Skier ist bestimmt cool. Was war noch gewesen? Was war noch da? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht zu überrauschen, was da noch dabei war. Für PS3. Hm. Die tue ich auch mal kurz anspielen bei PS3. Ich bin eigentlich schon mehr auf der PS4 unterwegs. Aber ladest du trotzdem immer mal runter und guck dann, was es ist. Wenn es was Schönes ist, kann man es ja behalten, ne? So, auf alle Fälle. Machen wir ein Lagerfeuer entdeckt, siehst du? Ja, ne? Wenn man aber vorher weiß, was für Spiele kämen, dann würdest du dir das nicht kaufen, ne? Jetzt habe ich mal ab jedes Jahr. Wann habe ich mir das gekauft? Oh, das war zwei, drei Monate und so, ne? Na, jetzt habe ich es dann ja nochmal, ne? Doppelt gemobbelt. Ist ja egal. Ah, nee, man hat sich nicht doppelt, man hat sich nur das einmal, ne? Haha, blöd. Ah, Eklipse. Oder irgend sowas. Die VR-Spiele könnten wegbleiben. Wie dieses Chat-U, das ist immer wieder dabei. Ja, eben, ne? VR hat kaum jeder. Weil die ist ja noch zu teuer, was? Ich hatte ja mal getestet im Mediamarkt. War ja, ähm... War der Hammer eigentlich, sag ich. War der Hammer. Aber ob das jetzt so... Vertrieg, sag ich jetzt mal, das wissen wir nicht. Ich hab da halt... Ich hab da halt gespielt. Von Undel Dorn, oder was war denn das? So, so ein Englisch ist da, Achterbahn, irgendwas. Horrormäßig. Hast du echt gedacht, der Stuhl da macht mit ein? Wow. Wahnsinn. Ich denke mal, wenn du das jetzt hier... Hält sie nicht lange aus als eine halbe Stunde, so ein VR-Spiel. Bessen wir eben nicht, ne? Muss man halt probieren. So, hier haben wir die ganzen Eklipse-Dinger. Oder was sagen wir, die Leute sind hier. Wollte ich sagen, dann machen wir mal... Hier ist keiner? Ne. Da hauen wir mal eine Bombe rein hier. Oder so. Ah, wir haben hier Dinger. Äh... Dinger halt. Warte mal. 72. Da ist er allein. Hier, hier. Holen wir sie uns. Das war halt voll zu long dann hier. Mit meinem Geschiese. Was ich nicht wundern, ne? Ich spiele Story Mode. Sonst wäre ich längst tot wahrscheinlich, wenn ich hier hocken bleibe. Aber wei, ich komme einfach... Manchmal nicht weiter. Und da habe ich gedacht, guckst du mal? Hab das bei jemanden gesehen? Das fand ich richtig cool, dass wir da wenigstens... Bisschen weiterkommt halt, ne? Äh... Das war da... Bisschen weiterkommt halt, ne? Na? Na? Alter, was macht er denn hier hier? Alter, hä? Was hast du denn hier von der Waffe wieder, Junge? Und tschüss. Oh, ich habe irgend so einen Grabungsschlüssel gefunden. Mhm. Hier waren da aber noch ein paar, ne? Ach, hier. Steht halt da und guckt. Dumm. So... Und da oben? Hm. Hast du das hier daneben geschossen? Ja, eben. Das komische Ju-Spiel da, oder was auch mal das ist. Das ist ja, äh... Ja, ich sag mal... Es war jetzt nicht oft genug dabei, ne? Das hätten sie ja jetzt wirklich mal... Weglassen können. Wir müssen irgendwie hier... rin kommen. Gucken wir mal. Du, du, du... Ach, wie ich jetzt lange gedoppt hier, Leder. Du, du, du... Guck, hier ist noch so ein Ding. Willen wir es zerstören? Achso, da brauche ich auch noch Feuer, ne? Also ich denke, hier ist keiner mehr, sonst wären die schon längst rausgekommen aus den Löchern nach den Knoll. So, mal einen Trank verwendet. Warum haben denn diese viele Grabungsschlüssel einstecken? Das verstehe ich ja gar nicht. So, da wollen wir mal gucken. Also. Hier ist noch irgendwas. Und wir müssen auf alle Fälle ja irgendwie hoch, ne? Ja, halt. Irgendwo hier hoch. Guck mal einfach mal hoch jetzt hier. Ähm. Jo. Ja, ansonsten ist es, äh, denke ich, jetzt schon in Ordnung, ne? Was die da anbieten. Es ist ja teurer geworden, ne? Dieses Ding ist echt gefährlich. Oh. Jetzt leg das mal wieder hin, hey. Hey, hey. Ablegen. Jetzt leg doch mal das Ding da nieder. Hinschütze. Ach, wie soll es das niederlegen? Das stimmt. Okay, ist es. Ja. Auf alle Fälle. Fett, dass es teurer geworden ist, bieten sie gute Spiele an. Kann man also echt nicht meckern, ne? Mh. Ja, blöd ist halt. Manche haben das ja schon, ne? Es ist gekauft. Ist dann Pech, ne? Hier ist auf alle Fälle noch jemand. Hat gerade jemand gesagt, wachsam sein. Hier geht's mal rein, oder was? Ne. Ach, doch. Okay. Brüder, eure Türe ist aufgegangen. Äh, hier haben wir noch ein paar Leute. Wachsam bleiben. Warte mal, äh. Wachsam bleiben. Sind wir schon wieder bei zwei Stunden bald. Heide, nein. Zeit vergeht aber auch mal wie ein Pflug. Ja, das gibt's gar nicht. Was sind denn jetzt diese? Kannst denn Leute hin? Hat das hier irgendeine Bewandtnis hier so viele Dinger hier? Nee, ne? Komm ich nicht hoch. Gut. Da ist wohl jemand aufgewacht. Oh, hab ich das vorbeigeschossen, oder? Erzählte, hör von der Macht des Schatten. Erzählte, du brennst hier unten ein wenig. Irgendwie. Wollt denn noch jemand, sag mal? Oder ist er jetzt schon? Ist er schon mit Blatt? Ist wahrscheinlich Ent... Abgebrannt hier. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nee, nee. Ist schon gut so. Geh mal weiter hier. Wir sind noch mal eine Brutstätte. Aber die Wildnis ist eingedrungen. Und jetzt auch der Feind. Ah, das stimmt. Die Wildnis... Oh, was denn jetzt? Machen sie hier Fotos, oder was? Oh, ich sehe da so viele Leute hier, Mensch. Sag doch mal. Huh. Tina, mal wollen die alle. Oh. Macht ihr denn hier, Leute? Kurzschluss hier. Und tschüss. So, da war doch noch jemand langgegeistert. Da ist der Schüttcher. Einfach weitergehen. Na, das wird nichts helfen. Weitergehen. Na? Der hätte fast gesessen. Stimmt, der hätte fast gesessen. Dann würde ich sagen, der ist weg. Ah, hier unten haben wir noch Salonen. Guck mal, da können wir gleich mal... Zack. Ach, dann muss ich wieder das Feuerding nehmen. Bäm. Gut, aber dann weg, sag ich mal so. Suppi. Den hat es zerfetzt. Ach, komm, das machen wir noch mal. Ah, ah. Nicht letztfetzt hier. Ich finde es so schön, wenn das hier... Bäm, Bäm macht. Das ist ein Loch, oder? Ein Loch. So, erkundet die Brutstätte. Das machen wir ja heute. Genau. Oh, die ist wieder riesengroß, Leute. Die ist riesengroß hier. Ja. Oh, bäm. Riesengroß, hey. Jo, expressant. Kannst ruhig noch wenigstens drinnen, wenn du möchtest. Du musst jetzt nicht hier unbedingt bei mir verweilen. Na? Und... Ja, wie du willst, halt, ne? Zwing dich zu nix. Pff. Du, du... Warst du? Pff, pff, pff. Ne, das ist doch subi. Subi. Oh, hier ist noch so ein Ding da unten. Ich glaube, hier ist es gar keiner mehr, oder? Jetzt wären die schon längst rausgekommen, ne? Ich bin so ziemlich weit bei diesem Game hier. Ach, warte mal. Ich weiß gar nicht... Wenn es hier mal ein Ende gibt. 53,21%. Ne, das ist noch kein Ende in Sicht. Das dauert noch. Ich war nicht auch schon mal vor, mein Akku hier vom Kontrollerausbild leer. Aber... Das geht ja noch. Noch geht's ja. Wie long es geht, da geht's. Wir haben ja noch einen Kontrollerausbild, ne? Ich hab schon zu viel dabei. Mhm. Gehen wir da lang. Also, das war mal ne... Hm. Gibt Stromschläge hier. Bootstätte. Die Stromschläge. Und das suche die anwesenden... Anwesenheit der Kulisten. Und das suchen soll ich das. Hm. Dann sehe ich ja gucken. Es muss ein Höhen-Einsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Da haben wir doch aber Anwesende. So. Das war keiner, aber das ist egal. Ich mag das. Schnüffelst hier immer noch rum. Wer? Du, Eloio. Du schnüffelst rum. Du, 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 du. Aber warte mal. Wir könnten eigentlich ja, ähm... Hier ist hier ne Bombe. Wir werden hier beschossen. Der ist jetzt schon mal tot. Okay. Zack. Der ist auch abgebrannt. Okay. Und dann, äh... Seilen wir uns ab. Hopp. Jawohl. Wo sind wir denn hier geraten, Leute? Mitten im, im... Ja, keine Ahnung. Im Nichts. Zack. Fangen wir endlich an. Genau. Fangen wir mal an jetzt hier. Das ist ja, was ich will. Okay. Ein paar waren ja noch da, ja, ne? Aber wo ist denn der Rest? Ach, hier. Jetzt kommen sie langsam wieder raus aus ihren Gebüssen. Aber der Fehlen noch ein paar, oder? War das nicht mehr gewesen? Ach, hier ist noch jemand. Komm her, du. Na, bleib mal stehen. Zack. Mitten ins Gesicht. So. Oh, da kommt noch einer. Sehen die mich nicht, oder was? Ach, der ist schon. Gut. Und, äh... Oh, da ist noch was. Hier hinten. Ach, die kommen alle von da hinten hergewandert. Ist ja cool. Okay. Sind blinde auf die Ahren, hä? Sind denn die blinde auf die Ahren, hä? Okay. Okay. Willst du's mitnehmen, ne? Wollen wir jetzt mitnehmen können, ne? Ach, hier sind noch ein paar. Na? Ach, ich bin nicht getroffen hier. So, ich misse die nicht. Ein bisschen Kälte. So, Moment mal. Uh, was machst du denn, Eli? Was machst du denn? Nee, ich weiß schon. Ich seh aber doch viele hier, oder? Deckung. Was ist denn mit dem hier? Du bist erledigt. So. Der Schatten.